Bevor das Video losgeht, möchte ich noch erwähnen, dass 2 Dritte meiner Zuschauer noch keine Abonnenten sind. Also wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst einfach mal ein Like und ein Abo da und jetzt geht's los mit dem Video. Willkommen zurück zu Stickwall Legacy. Ja, jetzt wo Clash of Clans vorübergehend beendet ist, suche ich etwas, was diese Zeit füllen kann und ich dachte mir, mache ich noch ein paar Videos zu Stickwall Legacy. Ich würde euch heute gerne was zeigen, wie man ziemlich schnell an Edelsteinen und an Thronen kommt. Wir gehen mal kurz in den Shop. Ich habe genau 1000 Edelsteine. Ich habe noch einige Thronen, die ich öffnen kann und hier beim Fortschritt habe ich 0 von 20. Das heißt, ich bin gut vorbereitet, um es euch zu zeigen. Nämlich müsst ihr folgendes machen. Ihr braucht einmal den Vampir-Skin vom Schwertzorn und er sollte am besten auch auf die höchste Stufe verbessert sein. Außerdem solltet ihr einmal das sechste Zusatzlevel gespielt haben, also ihr solltet das Spiel einmal komplett durchgespielt haben, dann geht ihr zu den Archidones und macht dann folgendes. Ok, überspringen, Schwertzorn, angreifen. Genauso. Einfach auf ok, das Tutorial überspringen, ein Schwertzorn ausbilden und auf angreifen klicken. Was jetzt passiert ist folgendes. Sie gehen hin, machen alles platt und zerstören auch die Statue. Der Vampir-Skin ist folgendem wichtig. Sie haben die Fähigkeit von Lebensklau. Das heißt, sie können sich heilen und das ist auch nötig. So, binden wir mal noch zwei Schwertzorn aus. Ist zwar nicht unbedingt nötig, aber es beschleunigt den Prozess. Dann dauert das insgesamt eine Minute, ungefähr, mehr oder weniger, bis die Statue kaputt ist. Und dann, ja, kriegt man natürlich Belohnung. 20 Edelsteine und drei Fortschrittspunkte für die Kiste. Da ist die Statue kaputt und eine Minute acht, drei Fortschrittspunkte. Wenn man das Ganze 20 mal macht, hat man am Ende 200 Edelsteine und drei Kisten. Ja, das heißt, ich werde das jetzt hier ganze 19 mal noch machen. Allerdings mit einem Zeitraffer. Nämlich mit der vierfachen Geschwindigkeit. Wenn es euch zu langsam ist, dann könnt ihr ja bei YouTube auch nochmal zweifach beschleunigen. Dann habt ihr die achtfache Geschwindigkeit. Und ich würde sagen, beginnen wir mit dem Zeitraffer. Wut? 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 Okay. Das war's für heute. 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 Oh Gott! Das war's für heute. Das war's für heute. So, da bin ich wieder. Ich würd sagen, jetzt machen wir auch ein kleines Chest Opening. Da sind sie, die 13 Thronen. Und öffnen wir sie mal. Ja, okay, nicht besonders. Auch nicht besonders. Nee. Ah, ist ganz okay. Okay, die Krone finde ich okay. Ist schön. Oh mein Gott. Den Vampir Skin für den Miner. Okay, das ist was Schönes. Ja, wieder nichts. Ja, wieder nichts. Ach komm schon. Zwei noch. Da muss noch was Schönes drin sein. Bitte. Na, letzte Truhe. Und... Oh, ein Heiler. Ein Heiler, okay. Sehr schön. Heiler und Vampir Skin für den Bergarbeiter. Mehr Gesundheit. Immun gegen Gift. Flächenschaden. Für von Nutzer gesteuerte Einheiten. Gut, das war's dann mit der Folge, Leute. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.